ja da kommt auch schon die rotation vom navi beziehungsweise wird sogar die smock gezunden sie warten auf die alchemist da kommt auch das ja was war das war gut gemacht die bau und die hat es noch nicht online ist auch jetzt mittlerweile den linkdecker und da kommt auch schon aber von dahinten kommt jetzt das ganze navi ein habt konnten ja aber jetzt steht hier oben heikon denn die geht hier ein schöner peter ruht bleiben ja auch ein bisschen weg gehalten aber mein gott wird hier ist auch hier sind wir alle zurückgegangen reichen bleibt da jetzt der call von meint control ist aber auch der crash mit rohmann firestorm mit der ersten mal rein aber peike schon keine chance gehabt general zu spät jetzt zumindest auf matuma mann weg juckt irgendwie mit dem triple rennen sie wollen steht auch da haben sie reich nicht hier ist der miracle ist auch da geroutet steht drinnen jage geht da und kuro an der seite firestorm häusend hat remnant gestohlen kuro geht hier beim firestorm noch da schön gemacht und die nächsten change auch gleich auf miracle miracle auch relativ low der ultimate läuft aber noch eine ganze weile und jetzt mal control direkt jetzt erst mit dem call hier rein nächste change von dann die feiten hier aber message spray generals relativ low der firestorm kommt durch den hier general dann die und rohmann die einzig beiden überlebenden und jetzt mit dem remnant rein denn die schön gemacht mit dem veil und kriegt hier miracle jetzt eventuell mal tun wir die nächsten sind gleich wieder bereit und dann die mit dem double kill navi gewinnt den kampf in der mitte und wahrscheinlich auch gleich mit hauern mit bei rohmann wenn ich mich nicht täusche ich das jetzt irgendwas falsches sage na bin ich mir nicht sicher hooman war ja auch bei bohmann jetzt gerade aber das muss direkt der liebe mind control hier rein dreht es immer noch an der triple remnant von dandy reicht aber nicht ganz aus mind control ist auf der flucht wird jetzt auch von pike zumindest gut dandy mit dem remnant will hier hinterher will noch mal tun aber der schaden reicht nicht ganz aus wir haben halt die ex-farmen auch fast ganz hoch der hat eine hut das weg hier um einen ticken zu spät von dem darks hier general jetzt noch mit dem chase hinterher aber search ist noch nicht bereit denn die geht da jetzt rein gezündet kuro nächste chains einstellt da wird jetzt auch gerade der creep mit genommen die wolke zündet piken gegen kuroki der slow ist da kuro aber mit dem remnant raus schön gemacht gh jetzt mit dem crush miracle kommt dazu da steht das vacuum aber noch kein aber die wollen meine ich aber noch kein vacuum bereit da geht jetzt direkt in die piken rein na wie viel zu greedy gerade kuro was für eine rubrik boss und dann zeigt er auf jeden fall wo er der besten der welt ist wenn sogar der beste so place und war schön gemacht wie man jetzt auch da mit dem kit ein schätztes auf dem timbers so hatte wir zwischenzeit 60 hp wecken diese schade schade gegen general da kommt auch direkt das chakram viva guter save hier von dem dessel also viva probiert hier sein möglichst das hat hier auch übrigens gut farm nach sehe ich noch möglichkeiten das zu verteidigen es hat eine enorme hp regen einmal hast du die 100 hp regen auf reichen und dann die gefühlt das hat die reichen auf den timbers vornehmen und auch zeit auf der bottom na ja da kommt nicht viel die wollen das gibt beide mehr oder weniger daneben wie man jetzt ein essence break wird es ja schönes crazy gerade noch mal vom fiva rettet die realität ok x regelt das ganze ja und das durch nur mein kontakt mit dem remnant mein kontakt noch da und da ist immer noch der mein kontakt am leben realität von kuro gestohlen geht hier mit mein kontakt direkt zurück zur base gerade wieder so elegant also er hat sich übrigens sowieso für tanking das sind china aber und hält über der mit schon eine tech leid portland jetzt gerade so das leben jules in realität ist immer eine sehr schöne kombination aber dafür ist der dessen in der mitte ja ein nackst ins gesicht das bild hier durch jetzt bin ich zumindest mein kontakt ist weg jetzt ist gerade auch zumindest mögliche gesloten aber mann hinter pike schöne doppel chain von dandy aber die älter sagt kommt da trotzdem nicht mehr raus heike die bauen haben wird sie überrannt wird jetzt gerade nah wie nicht denen nötigen juke der match wollen sie hier noch mal zurück ja das war noch mal am ende hier